Aktion Mensch bedeutet für mich Freiheit. Der Steppland hilft mir einfach, mich besser zu orientieren. Ich finde es richtig schön, dass man sich als Rollstuhlfahrer relativ sicher bewegen kann. Zu mir bedeutet das sehr viel. Der Steppland hat mein Leben schon sehr erleichtert. Der Steppland hat mein Leben schon sehr stark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020